Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Symbol 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 Nummer 8 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Blitzsymbol warnt vor Gefahr und wird häufig auf gelben Warnschildern verwendet. Das Blitzsymbol warnt vor Gefahr und wird häufig auf gelben Warnschildern verwendet. Das Blitzsymbol warnt vor Gefahr und wird häufig auf gelben Warnschildern verwendet. Verwende Symbole in Grafiken, um Informationen schnell und effektiv zu vermitteln. Verwende Symbole in Grafiken, um Informationen schnell und effektiv zu vermitteln. Symbole können persönliche Identität und Zugehörigkeit ausdrücken. Symbole können persönliche Identität und Zugehörigkeit ausdrücken. Der Schmetterling ist ein Symbol der Verwandlung und des Neubeginns. In der Technik steht das Zahnrad-Symbol häufig für Einstellungen und Konfigurationen. In der Technik steht das Zahnrad-Symbol häufig für Einstellungen und Konfigurationen. Symbole in der Medizin weisen häufig auf Gesundheitszustände und Warnungen hin. Und gib uns bitte ein Like! Das Zahnrad-Symbol häufig für Einstellungen und Konfigurationen. In der Technik steht das Zahnrad-Symbol und Konfigurationen. Vielen Dank.